Der Weihnachtsmann ist ein alter Mann, der seine sieben Sachen nicht mehr ganz zusammenhalten kann. Darum hat er seine Engelein, die an alles denken und die sieben Sachen packen ein. Und wenn er sich dann in seine Schlitten setzt und mit seinen Himmelszieren durch die Himmelsforte wetzt, ja, dann denken all seine Engelein, hoffentlich verliert der Weihnachtsmann nicht seinen Führerschein. Der Weihnachtsmann ist ein alter Mann, der seine sieben Sachen nicht mehr ganz zusammenhalten kann. Darum hat er seine Engelein, die an alles denken und die sieben Sachen packen ein. Denn so alt wie er ist, ja, so schnell ist er auch. Und wenn seine Tiere rennen, ja, dann wackelt auch sein Bauch. Und sein Bart, der flattert im Witz so schön, dass die Kinder in einem Himmel auf der Sternshippe sehen. Der Weihnachtsmann ist ein alter Mann, der seine sieben Sachen nicht mehr ganz zusammenhalten kann. Darum hat er seine Engelein, die an alles denken und die sieben Sachen packen ein. Und dann hält er an und packt die Sachen aus und er schlägt sie dann mit Milona von Haus zu Haus. Und dann schaut er schnell in die Liste rein, ob er nicht vergessen hat, eins von den Kindern klein. Der Weihnachtsmann ist ein alter Mann, der seine sieben Sachen nicht mehr ganz zusammenhalten kann. Darum hat er seine Engelein, die an alles denken und die sieben Sachen packen ein. Und hat er dann endlich seine Schlitten leer, setzt er sich ganz müde rein und sagt, ich kann nicht mehr. Na ja, die Arbeit ist ja jetzt auch getan, lieber Weihnachtsmann, wir danken dir, du bist ein braver Mann. Der Weihnachtsmann ist ein alter Mann, der seine sieben Sachen nicht mehr ganz zusammenhalten kann. Darum hat er seine Engelein, die an alles denken und die sieben Sachen packen ein. Der Weihnachtsmann ist ein alter Mann, der seine sieben Sachen nicht mehr ganz zusammenhalten kann. Darum hat er seine Engelein, die an alles denken und die sieben Sachen packen ein. Der Weihnachtsmann ist ein alter Mann, der seine sieben Sachen nicht mehr ganz zusammenhalten kann. Darum hat er seine Engelein, die an alles denken und die sieben Sachen packen ein. Untertitelung des ZDF, 2020